Willkommen im neuen Spiraldynamik-Zentrum Wien. Wir eröffnen die neue Lizenzpraxis Spiraldynamik-Zentrum Wien. Geballte Spiraldynamik-Power unter einem Dach. Therapie, Medical Yoga, Stimmcoaching, Ausbildungen und vieles mehr. Mein Name ist Sandra Mocker. Ich freue mich total, die erste Spiraldynamik-Med-Praxis in Wien eröffnen zu dürfen. Gemeinsam mit meinen großartigen Kollegen bieten wir das Spiraldynamik-Zentrum Wien. Mein Name ist Christine Stiesel und in der neuen Lizenzpraxis Spiraldynamik-Zentrum Wien biete ich Medical-Yoga, Yoga-Ausbildungen und Einführungsworkshops. Mein Name ist Lisa Stern. Ich bin Schauspielerin, Sängerin und Spiraldynamik-Dozentin. Meine Schwerpunkte sind Stimme, Körper, Ausdruck und Präsentation. Wir freuen uns auf euch im Herzen von Wien.